Habt ihr schon einmal Die Zwerge gespielt, dieses neue Videospiel? Nach der gleichnamigen Romanreihe von Fantasy-Bestseller-Autor Markus Heitz? Die Frage war ein bisschen unfair. Räum mich sofort ein, denn Die Zwerge ist ja noch gar nicht erschienen. Als Spiel wird irgendwann erscheinen im Laufe des Jahres 2016, ich tippe auf den Sommer. Aber wenn ihr möchtet, dann könnt ihr die aktuelle Arbeitsversion von Die Zwerge schon mal vorab spielen. Falls ihr Backer seid, dieses Kickstarter-Projektes, da habt ihr vielleicht schon die Alpha-Version oder eine Alpha-Version zugeschickt bekommen und habt die ersten Kapitel anspielen können. Unser Angebot jetzt an euch spielt vor Ort bei den Entwicklern in Bremen die aktuelle exklusive Arbeitsversion. Bei einer Sneak-Peak, bei einem Vorab-Schnupper-Abend am 20. April abends in Bremen. Ich bin Writing Bull, ich bin YouTuber und ich begleite die Entwicklung der Zwerge in diesen Monaten in enger Zusammenarbeit mit den Entwicklern von King Art Games und dem Publisher Eure Video. Und ich werde am 20. und am 21. April selber in Bremen sein, um weitere Videoreportagen für meine Videoreihe über die Zwerge zu drehen. Das heißt, ich werde zusammen mit wechselnden Entwicklern diese aktuelle Arbeitsversion zocken, werde mit ihnen Interviews führen und werde euch das dann kurz darauf auch auf meinem YouTube-Kanal zeigen. Und ich habe den Entwicklern gesagt, wie wäre es denn, wenn wir zwei stinknormalen Fans, nicht nur einem YouTuber, das auch mal ermöglichen. An diesem Abend, an diesem Mittwochabend in Bremen, wo ich da auch euer Gast bin und bin dabei offene Türen eingerannt. Die haben gesagt, sehr gerne, organisiere uns das doch bitte. Und das mache ich jetzt. Das heißt, wenn ihr volljährig seid und Bescheid geben möchtet, dass ihr da Lust dazu habt, dann verlose ich unter allen, die sich melden, zwei Plätze für diesen Mittwochabend. Schickt mir bitte unter dieser Mailadresse unter zwerge.writingbull.de eure Namen, eure Anschrift und schildert mal ganz kurz, wer ihr überhaupt seid, welchen Bezug ihr habt zu den Zwergen. Einfach nur, damit ich mitbekomme, dass ihr auch wirklich motiviert seid, dass ihr auch wirklich Bock habt, an diesem Event teilzunehmen. Und dass ihr nicht nur Leute seid, die, was weiß ich, eine Oma in Bremen wohnen haben und eine Reisekostenerstattung abstauben wollen, um mal bei ihr in aller Gemütsruhe Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Unter allen Einsendungen verlosen wir zwei dieser Plätze. Ihr bekommt die Fahrtkosten erstattet innerhalb von Deutschland. Also falls ihr jetzt weiter weg wohnt in der Schweiz oder in Österreich beispielsweise, dann bekommt ihr zumindest den Teil organisiert und finanziert innerhalb von Deutschland. Der Publisher eurer Video, der wird euch entsprechend Zugtickets organisieren und finanzieren und euch die vorab zustellen. Falls ihr vor Ort eine Unterkunft braucht, also nicht am selben Abend schon zurückfahrt, dann hilft euch King Art Games, die gerne zu finden. Aber für die Kosten müsstet ihr selber aufkommen. Vielleicht kennt ihr ja auch Leute vor Ort, bei denen ihr dann für eine Nacht unterkommen könnt. An diesem Abend selber, am 20. April, werde ich selber auch mit dabei sein, werde mit einem Kameramann zusammen euch auch ein bisschen filmen, euch über die Schulter gucken. Entwickler sind auch dabei, gucken euch auch über die Schulter und ihr habt die Möglichkeit, ihnen direkt Feedback zu geben. Das heißt, ihr könnt denen sagen, hier, das, was ich hier spiele, das gefällt mir gerade und das dann nicht und wollt ihr nicht vielleicht das Spiel noch so und so ändern, dann wäre es vielleicht aus meiner Sicht zumindest noch besser. Das wäre also auch eine Zusatzmöglichkeit für euch, direkt Feedback zu geben. Und kamerascheu solltet ihr bitte auch nicht sein, denn ich denke mal, dass es viele Leute auf YouTube gibt, die nicht nur von einem Let's Player wie mir erfahren wollen, wie ihm die Zwerge gefallen oder von den Entwicklern selber, sondern die auch von stinknormalen Fans mal hören möchtet, wie euer persönlicher erster Eindruck ist von dieser aktuellen Arbeitsversion. Also, meldet euch bis zum Freitag, 15. April, 11 Uhr per Mail, noch im Laufe des Tages selbst, wird mitgeteilt werden, wer gewonnen hat, auf der Facebook-Seite von Die Zwerge, da wird das gepostet und ich poste das auch, das Ergebnis der Verlosung, noch am selben Tag in meinem Community-Forum auf community.writingbull.de, in dem Thread, den ich auch verlinke, in der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube, wer die Gewinner sein werden. Ich wünsche euch viel Glück und vielleicht sehen wir uns ja in Kürze schon in Bremen. Bis dann.